Ich bin ein Dichter-Hauschirm. Man sieht ja wie sie einen Freihundraufschirm. Oder wie sie die Ziele? Die haben wir von der Hauptstadt aufgeschrieben. Ja! Die Krautziehe. Ja, mein Gott. Ja, toll. Die wissen wir dieses Jahr noch nicht. Da sollen wir vorher nicht mehr sitzen wollen. Schau, da ist das fett. Das ist ein Haus. Ein, zwei. Das ist erst mal der, du musst doch ein Haus aus, weil das ist ein Haus. Das ist ziehbar. Das ist ein Reichsschlauch, das ist für Sieoco eine Vorstellung, jetzt sehen wir von Ruralpflege. Was ist das? Vielen Dank.